. Du fehlst. Zähneputzen ohne Bürste ist wie Gewerkschaft ohne dich. Du fehlst. Fußball ohne Torwart ist wie Gewerkschaft ohne dich. IG BCE. Ja, hallo Lisa Schatz. Du hast doch neulich so rumgelästert, dass die Tanja vom Büro so auf mich steht, ne? Ja. Und jetzt stand die tatsächlich letzte Nacht vor meiner Tür. Und leider... Das sollte doch nur ein Witz sein. Scheiße. Du fehlst. Handy ohne Akku ist wie Gewerkschaft ohne dich. IGB. CE. Ja. Bis zum nächsten Mal.